Das ist der Progresso 11 Vakuum Full Fit. Die Schale besteht komplett aus Vakuoblastmaterial und ist damit individuell an die Fußform anpassbar. Auch wenn die 100 mm Leistenform von Haus aus schon sehr gut passt und dieser Schuh keinesfalls nur für Problemfüße geeignet ist, lässt sich im Bereich des Vorfußes oder auch im Knechelbereich oder auch im Bereich von anderen Stellen, die am Fuß Probleme bereiten, die Schale perfekt anpassen. Wie jeder Fischer-Skischuh verfügt auch der Progresso 11 Vakuum Full Fit über die Somatec-Technologie. Durch Somatec wird die natürliche Fußstellung im Skischuh beibehalten, wodurch ein wesentlich ergonomischeres Skifahren möglich ist. Der Schuh verfügt außerdem über einen 100% thermoverformbaren Innenschuh. Das verwendete Ultralon-Material im Fersenbereich sorgt für eine 100%ige Passform und ist die ideale Ergänzung zur Vakuumlastschale. Wer einen sportlichen Schuh sucht, auf den nötigen Komfort aber nicht verzichten möchte, der ist mit diesem High-Performance-Schuh mit einem Flexwert von 110 genau richtig.